Ja, eine Minute noch. Kann Grotte die nutzen hier oder wird es eine klare Nummer für Schückel Ibaris? Vor allem nach dieser kurzen Zeit, das waren ja vielleicht 10, 15 Sekunden. Aarte Treppe hier von Ibaris, kann er den Sack nochmal zumachen hier? Reicht es doch noch für einen Finish?